Ich mache das so. Knopf. Mal warten, bis der Stein fertig ist. Jetzt frag ich mich natürlich. Pipes. Oh, warte mal, hab ich die in der Tasche drin? Ich bin auch reich in die Pipes, ja. Ja, ja, ja. Ich bräuchte 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, mach, mach, mach. So. So, der ist fertig. Dann schauen wir mal. Wollte ich die Treppe runterrennen? Dabei kann ich mich ja runterfallen lassen. Ja, ist immer so. So. Könnte man? Mach man da wirklich? Wenn man faul ist. Ne, da war ja. War blau raus oder blau? Ah, scheiße. Ich glaube, wrong schweib mal rein, ne? Ich lass es jetzt mal so. Warte, bitte. Du hast wieder gerade geguckt hier, hm? Ne. Klar, hab's doch gesehen. Du machst hier. Ah. Ich frage mach ich das noch dafür. Äh, das lass ich so. Jetzt muss ich gleich nochmal lostockern. Oh, egal. Wenn wir in 24 Minuten kurzen Cut machen, dann passt das schon. Los. Muss du was besorgen. Ja. Hab ich das gerade gesagt oder geschrieben? Geschrieben. Weil sie weiß ja, dass wir beiden verrückten Aufnehmen sind. Hat sie es dir geschrieben. Ja. Ich, dass ich noch holen kann. Aua! Was soll'n das? Hä? Gar nix. Mach nur nix. Okay. Ich hab schon wieder kein S&S. Kann ja nicht wahr sein. Hehehehehehe. So. Eine von den Pumpen kommt schon mal mit. Ich hab nur mal das Glas hier jetzt ausgetauscht. So, die Pumpen kommen erstmal raus hier. Ich find das viel besser, wenn man ordentlich durch die Pumpen kann. Ohne dass da immer was dazwischen ist. Ist ja besser. Ist gut, dass wir Tinkas drauf haben. Mhm. Pfff. Deswegen bin ich oben das Glas auch noch auszutauschen. Pumpe. Ja, das werd ich dann auch... Oh, ey. Ja, ist klar. Zwei riesige Slimes. Die mich abhalten, die Treppe hochzulaufen. Für die Fische erstmal kein. Haha. Im Gewächshaus finden ja auch noch ganz viel Glas drin. Mhm. Das Ding ist auch noch nicht fertig. Monsters sind hier bei. Alter, ist nicht euer Ernst oder so, ne? Ja. Boah. Einmählich nervt mich. Danks echt. Wo kann ich denn jetzt nicht pennen? Welches Monster... Fick dick Ding ist denn in der Nähe? Und jetzt kommen noch mehr Slimes. Ich hab mich doch kein Monster gesehen. Stirbt. Okay. Aber es gibt halt ganz schön viel Erfahrung. Oh, da ist ja noch ein riesiger Flanzen. Wollt ihr mich verarschen? Das wird echt lustig. Ja. Die nerven ganz... Überall. Die nerven grad ganz schön. So. Das hab ich. Das war eigentlich so ein Gear. Reingesteckt. So. Okay. So. Die Frage ist jetzt... Funktioniert das denn auch? Weiß ich nicht. Klopp. Ich hab ein Whitstone. Ich hab ein Whitstone. Ich hab ein Whitstone. Ich hab ein Whitstone. Ach, scheiße. Ich hab kein Eimer. Das fehlt ja auch noch. Muss ich das anders machen? Die haben wir. Die haben wir. Ich hab so Pumpe, das nehme ich nicht raus. Ja, reicht die Pumpe dafür? Ich will's hoffen. So wird er das irgendwie nicht planen. Oder soll ich ne Pumpe mit Kohle nehmen? Sterling. Ich muss euch noch mit Stein wieder ersetzen. Richtig. Ja. Ich kann bestimmt nur noch nicht schlafen. Weil die Spinne mich bestimmt gesehen hat. Angeblich. Naja. Ich geh mal kurz in die Hölle. Ich frag mich wie die Kühe da echt rauskommen immer. Ich hab noch voll viele Kühe vorher da drinnen. Keine Ahnung wie ich's machen. Keine Ahnung wie ich's machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung wie ich's machen. Keine Ahnung wie ich's machen. Dann können wir gleich noch weitermachen. Dann können wir gleich noch weitermachen. Dann können wir gleich noch weitermachen. Dann überleg, überleg, überleg. Wie soll ich das mitmachen? Oder du machst gleich eine halbe Stunde. Braucht niemand eine halbe Stunde oder? Ne. Zieh mich. Nein. Wie relativ fix eigentlich. Ja. Gast. Das macht Gast hier vorne. Das funktioniert. Dann. Hallo Gast. Diese Stelle hier. Aufsuchen. Nicht niesen Gast. Ist nicht lustig. So. Dann. Gut. Hier mach ich das ans Zürde. Ups. Ja. Band reingebruddelt. Hier kommt ein Controller rein. Da. Ja. Das ist jetzt schlau. Die sollten dann auch hier rein sozieren können. Würde ich das so machen. Und dann halt einfach einen Hopper drunter. Und dann hier raus. Und das bei jedem Kabel. Das kann man ja so anbinden. Das ist ja nicht das Problem. Funktioniert ja. Wenn das einzelne Kabel sind. Die dann voneinander wegführen. Die kannst du ja mal dran anbinden. Ja. Die Frage ist halt. Zieht der Hopper das auch trotzdem raus? Alles klar. Das funktioniert schon mal. Muss ich den trotzdem nur sichern. Das ist ja nicht das ich jetzt kein Label mit habe. Den einen drin lässt. Zack. Zack. So. So kann man es auch machen. Wir brauchen das. Für Redstone. Für Kohle. Für Larpes. Für Gold. Für... 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 Für Kupfer. Für Silber. Kacke ey. Das ist zu kurz hier. Ich muss das... in eine andere Richtung machen. Ich mach das ganz anders. Wüsste man wenn man überlegt. Wie kann man das alles machen. Und dann kriegt man das später hin. So. Ich glaube das reicht von der Weite hin. Ich mach hier aber nochmal ein. So. 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 Möglich. So. Ich bin hin. Okay. So. Schön mist Pedro. So können wir uns in den letzten Jahren hängen. ja doch ich hätte auch gerne gehalten doch das sollte so funktionieren wo bist du gerade und könntest du mal nach oben gehen und gucken ob das mit der lava passt jetzt da hinkommt ich bin hier gerade noch rumfummeln jetzt muss ich nämlich drehen ich bin hier gerade noch rum so dann kommt das noch runter dann kommt hier die controller hin hier kommen dann die da drunter kommen dann die crafter dann geht das so weiter jetzt muss ich mir die dinge aber trotzdem erstmal bauen mit ein bisschen viel gott ob die lava ankommt ja im tank ist lava drin komplett vollstand oder ja erfüllt nur voll alle? ja erfüllt alle drei voll nach und nach ok müsste alle vier voll erfüllt aber ja alle vier meine ich ok ich werde überlegen ob ich es so stehen lasse ich jetzt hier ne die tanks füllen sind voll ich lasse es erstmal so stein brauche ich nicht ich wollte mir auch keine sauermachen ich brauche ganz ganz viel stein ich kaufe das da auch noch ja ganz viel normalen stein brauche ich aber wir haben ja mehr hier copies ja auch nicht mehr viel wenn du nur unten bist ich